Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Reolink Argus 3 Pro Testberichts und wir schauen uns natürlich auch noch die App an, den Haupttestbericht samt dem Testartikel mit allen gesammelten Infos findest du unten in der Videobeschreibung. Das hier ist die Kamera, hier sehen wir erstmal den Stream, ich gehe jetzt aber gerade mal hier zurück auf die Startseite, normalerweise sieht das hier so aus, wir haben hier die Argus 3 Pro, links oben sehen wir den Akku, ich kann hier den PER abschalten, wenn ich das möchte, mit dem Rad kommen wir daneben, also damit kommen wir in die Settings, das zeige ich euch gleich noch. Wenn wir den Stream öffnen wollen, tippen wir die Kamera an, denn das ist eine akkubetriebene Kamera, denkt da immer dran, wenn ihr hier den Stream beobachtet, dann kostet das mehr Akku, das heißt, wenn ich jetzt hier stundenlang das laufen lassen würde, dafür ist die Kamera nicht gedacht, wie gesagt, es ist eine akkubetriebene Kamera. Also wir können hier den Stream starten oder pausieren, wir können dieses Mikrofon daneben anmachen, dann können wir hören, was gesprochen wird, das werde ich jetzt aber deaktivieren, sonst kriege ich hier eine Rückkopplung. Wir können einen Screenshot machen von dem, was wir aktuell hier sehen, könnten den auch teilen, das ist wieder so eine Funktion, teilen, also das muss man immer überlegen, ob man wirklich die Bilder irgendwo im Web teilen will. So, als nächstes Aufnahme, Aufnahme starten, Aufnahme wieder beenden, das geht hier auch. Diese Aufnahmen, die wir hier manuell machen, landen im Übrigen nicht auf der SD-Karte, sondern auf dem Handy im Ordner Reolink, das ist wichtig zu wissen. Wir können ja auch die Stream-Qualität verändern, also auf flüssig oder 4 Megapixel, flüssig ist natürlich weniger Datenrate und schneller, sehen wir auch links oben in der Ecke, da steht die Datenrate und auf 4 Megapixel, jetzt steigt die Datenrate gleich, ja, über 1000. Hier benötigen wir eine bessere Verbindung, aber die Qualität ist auch besser, wir können hier zum Beispiel ranzoomen, ich kann das hier gerade noch lesen und dann haben wir eben die maximale Auflösung. Vollbild geht hier natürlich auch, wie immer, können wir hier auslösen und auch wieder beenden. Als nächstes sehen wir oben noch so einen Knopf hier und die Kamera hat zwei LEDs verbaut vorne, die würde ich jetzt aktivieren, das sieht man hier kurz, da verändert sich das Bild leicht, macht das natürlich keinen Sinn, weil es Tag ist, aber die aktiviere ich dadurch manuell. Ich kann hier auch die Alarmsirene auslösen, wenn ich das möchte, denn die Kamera hat einen Lautsprecher verbaut, wir können da einen Ton aufnehmen, auch das zeige ich gleich noch, oder den hier abspielen, wenn wir das wollen. Gut, das habe ich dem Hintergrund mal kurz ausgelöst und die hat so ungefähr, ich sage mal, so ein bisschen Zimmerlautstärke, also man hört das schon, also wenn das jemand hört, dann ist das schon eine Alarmanlage, aber es ist nicht so, dass das gleich die ganze Nachbarschaft mitbekommt, so laut ist sie dann auch wieder nicht. Ich würde sagen, so ungefähr so meine Stimme, wie so meine Stimme, wenn ich hier so spreche. So, als nächstes könnte ich auch über die Kamera reden, hier unten gibt es einen Knopf zum Sprechen, das könnte ich hier machen, das geht jetzt momentan aber nicht, weil das Programm, mit dem ich hier aufnehme, das blockiert das, also man kann nur den Ton einmal aufnehmen hier, wie gesagt, das ist eine technische Sache, man kann hier auf jeden Fall gegensprechen und das hat wieder so die Qualität von so einer kleinen Gegensprechanlage. Als nächstes gibt es hier Clip, da zoomt er quasi in den Bereich ran und ich kann hier das dann bewegen, dann macht er das hier oben näher, aber da bevorzuge ich auch hier wieder die normale Ansicht mit der Fingergeste, weil der Stream wird hier nur auf Low geladen, wenn ich auf 4 Megapixel gehe, dann geht der Clip raus, also ich würde euch empfehlen, hier auf High zu gehen und dann hier zu zoomen, wenn ihr daran wollt. Als nächstes gibt es dann Playback, da sehen wir die Aktionen, die jetzt hier in letzter Zeit passiert sind, da kann ich jetzt hier durchscrollen und dann sehe ich jedes Mal, wenn ich hier die Treppe hochgehe, kann ich mich dann selbst sehen, also lassen wir einfach mal hier was laufen, da seht ihr jetzt, okay, zack, die Treppe hoch, was hier aber auch direkt auffällt ist, ich bin da erst halb drauf. Da ist es nämlich wichtig zu wissen, das ist quasi eine Akkukamera, die braucht am Anfang 1-2 Sekunden, bis die auslöst, das ist einfach technisch so, weil die eben einen Akku hat und dadurch Akku spart, wenn ich die permanent aufzeichnen würde, dann wäre das eben so nicht möglich, das heißt, am besten richtet man die Kamera so aus, dass man einen Bereich hat, wo man die Bewegung schon vorher ein bisschen hat, weil das seht ihr hier, wenn ich jetzt hier auf Playgip gehe und den Stream starte, pausiere ich direkt, dann bin ich schon auf der halben Treppe oben gewesen, das ist eben wichtig zu wissen bei solchen akkubetriebenen Kameras. Okay, wir können hier unten auch wieder filtern, es gibt hier wieder Personenerkennung, Fahrzeugerkennung und anderes, da kann ich jetzt hier filtern, wenn ich jetzt Person mache, dann bin ich hier wieder da, aber wenn ich jetzt nur Fahrzeug mache, dann bin ich nicht da, weil es gibt kein Fahrzeug auf der Treppe und anderes, dann hat er eben alles mögliche hier, noch solche Fehlalarme durch Licht oder Hand, hat man hier zum Beispiel gerade gesehen, da war eine Hand und dann hat er eben alles drin, da kann man eben filtern, weil er erkennt schon so ein bisschen Personen, also das funktioniert schon und bei Fahrzeugen, wie gesagt, das habe ich jetzt hier wieder nicht getestet, bei Fahrzeugen ist das sowieso so eine Sache, ihr dürft die öffentliche Straße auch nicht einfach ohne Genehmigung filmen. Wir können solche Aufnahmen aber auch runterladen und zwar hier, seht ihr mich jetzt, da bin ich um die Ecke gekommen, der Rätige hat die ein bisschen früher reagiert, ich kann hier oben diesen Download-Knopf anklicken, jetzt kann ich hier ein Teil runterladen, wenn ich möchte, kann hier auch feststellen, wie viel, kann das dann hier flüssig auf mein Handy runterladen, muss also nicht die Speicherkarte ausbauen und könnte das so über mein Handy darauf zugreifen, da steht hier auch der Speicherpfad. Okay, da gehen wir jetzt mal wieder raus, zurück auf den Stream, Playback hatten wir zuletzt, genau, dann gibt es hier noch die Option, Kanalauswahl, wenn man mehrere Kameras hat, Tag und Nacht, immersiv und Bild in Bild, Bild in Bild ist das hier, das heißt, man sieht hier unten im Kleinen eben das Videobild, denkt aber dran, wenn ihr da jetzt das Permanente nutzt, ist die Kamera relativ schnell leer, aber man kann, wie gesagt, den Akku ja auch dann wieder aufladen, wenn man jetzt mal kurze Zeit die irgendwie für eine Kurzbeobachtung benutzen wollte. So, als nächstes können wir hier oben über das Rad, das Zahnrad, das geht auch über die Startseite, das Modell hier aufrufen, beziehungsweise die Einstellung, da schauen wir gerade mal rein, Argus Pro, da sehen wir hier die ganzen Informationen zur Kamera, auch die Speicherkarte, die eingelegt ist, wie viel ist da noch frei, könnten die auch formatieren. Technische Infos, so, dann können wir den Batterieverbrauch anschauen, da müssen wir eben zustimmen, dass er darauf zugreifen kann und dann, das habe ich jetzt zum ersten Mal bestätigt, deswegen hat er das jetzt noch nicht gezeigt, ich werde das hier jetzt, die wir die Kamera noch weiter nutzen und aber auch noch feststellen, also ich werde die Solarzelle anschließen und mal schauen, wie viel die so auflädt und was wir da an Energie verbrauchen bei einer gewissen Anzahl Alarme. Ich vermute, das wird nicht anders sein als bei den alten Modellen, schauen wir aber. Als nächstes, das WLAN kann ich hier auswählen, könnte das auch ändern. Und dann haben wir Display, Display ist mal wieder hier für die Bildoption, ich kann das Bild hier drehen, wenn ich möchte, dann kann ich die Qualität hier des Streams anpassen, es gibt zwei Streams, da können wir wieder die Auflösung, Bildrate und die maximale Bitrate anpassen und flüssig ist eben hier folgendes. Zurück und als nächstes Antiflackern, 50 Hertz ist hier eingestellt, das entspricht auch der Lichtfrequenz, Tag und Nacht, automatisch empfehle ich euch auch das zu lassen, dass er die Nachtsicht automatisch anschaltet, kann man aber auch manuell machen. Dann fragt er mich, wo bin ich hier eigentlich, innen oder draußen, da passt das dann ein bisschen an dementsprechend, vermutlich vom Bild. Das hier ist jetzt innen und die automatische Erkennung funktioniert hier eigentlich gut vom Bild, das sehen wir hier. Kameraname wird auch eingeblendet, unten rechts können wir hier verändern, wo der eingeblendet wird oder gar nicht. Das gleiche gilt für das Datum, sehen wir hier und das Wasserzeichen links oben in der Ecke, wo Reolink steht, können wir auch ein- oder ausblenden und dann wieder ein wichtiges Feature ist die Privatzone. Wir können hier sagen, dass wir einen Bereich ausschwärzen, wenn wir das möchten, falls da jetzt irgendwas wäre, was keiner sehen soll. Das können wir hier also festlegen, ich zeichne da ins Bild hier eben so einen Kasten rein, da wird das dann ausgeschwärzt. Werde ich jetzt aber wieder löschen für die Testoffen, da möchte ich das nicht machen. Zurück und als nächstes gibt es dann die PER-Bewegungserkennung, da ist ein passiver Infrarotsensor verbaut. Der ist zuverlässiger als die reine Bilderkennung, den können wir ein- oder ausschalten und können hier die Empfindlichkeit auch verändern, wie stark der reagiert und könnten hier auch noch diese Fehlalarme-Smart-Funktion aktivieren. Das reduziert dann eben Fehlalarme, da nutzt er auch wieder intern so eine Erkennung, um das zu reduzieren. Wie gesagt, der PER ist schon deutlich besser als die reine Bewegungserkennung, das kann man eben alles hier in Kombination nutzen. So, jetzt kommen wir zur Filmaufnahme. Ich kann hier die Filmaufnahme komplett ein- oder ausschalten und auch die Aufnahmezeit nach der Bewegung einstellen. Vor der Bewegung geht wie gesagt nicht, das geht nur bei Kameras, die am Strom sind, also das sogenannte Pre-Recording. Das gibt es bei akkubetriebenen Kameras nicht, sonst müssten die nämlich permanent aufzeichnen. Da hätten wir wieder das Akkuverbrauchsproblem, dann wären die wieder super schnell leer. Überschreiben mit Loop-Recording geht auch. Zeitpläne können wir hier auch erstellen für die Erkennung, sehen wir hier. Und dann gehen wir da wieder raus. Und als nächstes gibt es die Push-Nachrichten. Also wir kriegen aufs Handy Infos, wenn es einen Alarm gibt. Und das können wir auch nach einem Zeitplan steuern, damit wir zum Beispiel nachts, falls wir das nicht wollen, da nicht irgendwelche Push-Alarme aufs Handy kriegen. E-Mail kann man auch einstellen, wenn man das möchte. Dann kriegt man Mitteilungen per E-Mail, kann das hier einrichten. Aber ich bin da eher so ein Fan vom Push-Alarm, weil wie gesagt, Handys hat mittlerweile eigentlich jeder. Das ist meiner Meinung nach bequemer. Aber wie gesagt, ist ja auch möglich per Mail. Dann gibt es die Sirenen, das hatte ich bereits gesagt. Die können wir einschalten. Und wir können hier das Ganze auch nach einem Zeitplan steuern. Außerdem können wir einen individuellen Sirenenton hier aufnehmen. Also wenn ich jetzt hier will, habe ich einen Hund und der bellt. Und dann nehme ich den einfach kurz auf, wie der hier bellt. Dann bellt nachher die Kamera. Oder ich labere einfach irgendwas. Hey, weg da von meiner Veranda. Und dann wird das nachher von der Kamera wiedergegeben. Zusätzlich hat die noch ein Licht. Also dadurch hat die schon ein bisschen einen höheren Abschreckungseffekt. Also man hört da zum Beispiel, die Kamera geht an, Licht geht an und irgendjemand spricht. Das kann dann dafür sorgen, dass viele Leute schon das Weide suchen. So ein abschreckender Effekt einfach. Als nächstes kann man die Kamera auch teilen hier. Das werde ich jetzt nicht machen. Da wird ein QR-Code generiert. Und den kann man dann jemandem geben. Man kann dir das einscannen und hat dann auch Zugriff auf die Kamera. Und was es hier auch gibt, ist wieder die Zeitraffer-Funktion. Da kann man eben so einen Zeitraffer erstellen, wenn man das möchte. Gibt es verschiedene Einstellungen. Kann man zum Beispiel Wolkenbewegungen auswählen als Vorgabe. Wir können hier aber auch alles individuell einstellen. Also wirklich im Detail von wann bis wann. Wie lang soll hier aufgenommen werden. Tage, Stunde, Minute und so weiter. Da können wir auch eine Zeitraffer-Funktion machen. Und hier Video, Bild speichern. Und auch noch welcher Stream, klar oder flüssig. Kann man eben auch hier nette Zeitraffer-Videos machen, wenn man das möchte. So, da gehen wir auch wieder raus. Und zu guter Letzt gibt es noch die erweiterten Einstellungen. Da kann ich die Datum- und Uhrzeit natürlich ändern. Ist natürlich klar. Auch synchronisieren. Ich kann den Ton aufnehmen oder ich kann die Tonaufnahme komplett deaktivieren. Außerdem kann ich die Infrarotlichter hier auf automatisch schalten. Oder komplett auf aus. Falls das irgendeiner machen will. Aus irgendeinem Grund geht das auch. Und dann haben wir noch das Spotlight. Das sind diese beiden Lichter vorne. Habe ich bereits erwähnt. Kann man hier automatisch bei Bewegungserkennung einschalten. Oder auch nicht. Oder bei der Live-Ansicht generell automatisch. Also diese zwei Modis gibt es. Und das Licht braucht natürlich Strom. Also wenn ihr den Strom ausschaltet, das Licht ausschaltet, dann spart ihr ein bisschen Strom oder so als Info. Aber ich würde es eingeschaltet lassen. Dann gibt es noch eine Status-LED. Die ist vorne. Die geht an, wenn quasi eine Aufnahme gestartet wird. Die wird blau. Das kann ich auch abstellen, wenn ich nicht will, dass das jemand sieht. Aber dann weiß man eben, dass man gefilmt wird, wenn die blau ist. Dann weiß man quasi, das Stream ist aktiv. Jemand greift drauf zu und die Kamera nimmt auf. Neu starten können wir die Kamera hier auch. Und das war es jetzt hier auch schon von den ganzen Einstellungen. Die sind nützlich simpel. Die App ist auf Deutsch verfügbar. Übersichtlich, wie ich finde. Alles ist hier recht simpel gehalten. Und ja, soweit ich weiß, eine Alexa-Integration, das ist schon länger so. Die ist wohl in der Mache, aber die gibt es wohl noch nicht. Ja, muss man da bei Reolink nachschauen, wann die das dann rausbringen. Bis jetzt habe ich da allerdings noch nichts gehört. So, das war jetzt hier auf jeden Fall die App. Ich habe euch alles gezeigt, was die hier so kann, was man einstellen kann, wo was zu finden ist. Schaut euch, wie gesagt, auch das Hauptvideo an. Da sammle ich das nochmal alles. Und da gibt es auch den Haupttestbericht. Im Artikel werde ich noch ein paar Sachen nachtragen. Testaufnahmen findet ihr da auch. Testaufnahmen mit dem Mikrofon. Also wie hört sich die Tonaufnahme der Kamera an. Und weitere Infos. Schaut da unbedingt rein. Denn da findet ihr alles nochmal gesammelt. Link und in der Videobeschreibung. Das war es auf jeden Fall von mir. Ich hoffe, dir hat das Video weitergeholfen. Wenn dem so ist, lass mir doch ein Abo, ein Like oder einen Kommentar da. Ich bedanke mich bei dir. Das war es von mir. Ich bin raus. Und wir sehen uns im nächsten Video.